Hallo lieber Andreas, liebes Tennisnet Team, ich durfte den neuen Head MXG3 testen und habe schon gleich beim ersten in die Hand nehmen gespürt, dass er mir sehr gut in der Hand liegt. Auch die Optik hat mir sehr gut gefallen und ich habe den gleich intensiv getestet und nach den ersten Versuchen auch gleich im ersten Verbandsspiel ausprobiert. Besonders gut gefällt mir die Agilität, auch weil der Schläger schön leicht ist, komme ich sehr gut damit zurecht, habe viel Kontrolle und ich werde den Schläger weiter nutzen und kann den auch nur sportlich ambitionierten Spielern absolut nur empfehlen. Nochmals vielen Dank für den Schläger und hoffentlich bis bald zum nächsten Mal.